Bleibt hängen und eine Kontersituation, möglicherweise in der Mitte die grosse Chance und das 1 zu 0. Für die Gäste. Playoffs, also kein Torschütze vom Dienst, aber hier das macht er eiskalt. Wunderbar gezirkelt in den Winkel, keine Chance für... Und schon wieder so ein Fehler, wieder eine Kontersituation. Gibt es das 2 zu 0? Tor! Was für eine kalte Dusche für Valé Chable. Und schon wieder so ein Fehler in der Offensivbewegung. Löffel. Und dann der Bock. Klasse gemacht von Juan Massimino. Sein elfter Scorer-Punkt in diesen Playoffs. Hat sich da in den Schuss geworfen. Und da ist der Anschlusstreffer aus dem Nichts mehr oder weniger. Versucht sein Glück einfach mal mit einem Hoch-Eck-Schuss. Schön, wie er kurz verzögert und dann in der nahen Ecke... Oh, gefährliches Spiel. Fehler! Und da ist der Ausgleich! Hier noch einmal der Fehler von Guine. Und dann geht es schnell. Pass durch den Slot und der Abschluss direkt. Wunderbar gemacht. Wunderbar gemacht. Adrian Martinez. Und da ist tatsächlich das 3 zu 2! Schön quergelegt. Direkter Abschluss! Schauen Sie sich das an! Zieht er ab? Ja! Und da ist der Ausgleich tatsächlich noch abgelenkt. Hier noch einmal. Keine Chance für Max noch auf der Ruhr. Und jetzt noch einmal eine Chance, tatsächlich! Vier zu drei, Valle Chable! Sein fünfter Scorerpunkt. Hier herrlich, wie er sich durchsetzt und dann vor das Tor geht und eben nicht hinter dem Gehäuse herumkurvt. Stark in die lange Ecke. Befreiung. Und fünf zu drei. Die Messe ist gelesen. Das war's wohl. Ich lege mich jetzt einfach mal fest. Valle Chable erzwingt für schwache Nerven. Noch einmal sogar eine Chance! Und jetzt ist es eine Gala. Sechs zu drei, Valle Chable! Letzten eineinhalb Minuten des Spiels. Drei Treffer für Valle Chable. Schöne Finte und dann durch die Hosenträger durch!